Guten Tag, mein Name ist Andrea Hoff-Domin. Ich bin der Broker der Florida Dream Homes Realty in Fort Lauderdale und ich bin gleichzeitig Short Sale und Foreclosure Experte und habe 30 Jahre Erfahrung im Real Estate Related Financial Business. Mein heutiges Thema ist der Short Sale. Was ist ein Short Sale? Wahrscheinlich haben Sie den Begriff Short Sale bereits in der Presse gelesen oder davon gehört, können sich aber nicht vorstellen, was ein Short Sale ist. Dabei handelt es sich um eine spezielle Immobilientransaktion in den Vereinigten Staaten. Gehen wir mal davon aus, dass jemand vor ungefähr fünf Jahren eine Immobilie im Wert von 500.000 gekauft hat und diese zu 80% finanziert hat. Das sind dann rund 400.000. Zum heutigen Zeitpunkt ist diese Immobilie nur noch 300.000 wert und unser Homeowner muss jetzt umschulden oder hat vielleicht den Job verloren und kann sich diese Immobilie jetzt nicht mehr leisten. Die Bank wird in diesem Fall zu Gericht gehen und einen Foreclosure Prozess anstrengen und das Haus verkaufen. Eine weitere Option, die die Bank dem Homeowner anbietet, ist der sogenannte Short Sale. In diesem Fall hat der Homeowner die Möglichkeit, sich einen Real Estate Professional, der auch Short Sale Experte ist, zu suchen. Dieser Listet listet das Property zum aktuellen Marktwert von 300.000 und sollte jetzt ein Käufer kommen, der bereit ist, 300.000 für diese Immobilie zu bezahlen. Dann wird dieser Kaufvertrag der Bank zur Genehmigung vorgelegt. Im Normalfall wird die Bank diesen Kaufvertrag genehmigen und damit werden 300.000 des Darlehens zurückgezahlt und die übrigen 100.000, weil es waren ja ursprünglich 400.000 Darlehen, werden dem Homeowner vergeben. Für den Homeowner ist das ein positiver Punkt, weil er kein Foreclosure in seinem Credit Score hat und für Sie als Käufer ist der Vorteil, dass Sie eine Immobilie bekommen in einem exzellenten Zustand und die Immobilie ist 40 Prozent unter dem Erstellungswert von vor fünf Jahren. Das ist doch wohl sicher ein gutes Schnäppchen. Um Näheres zu diesem Thema und über das gesamte Verfahren zu bekommen, sollten Sie unbedingt sich an einen erfahrenen Real Estate Professional und Short Sale Experten wenden. Ich stehe Ihnen gerne für dieses Thema zur Verfügung unter E-Mail oder Telefon 954 232 0434. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihren Anruf. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihren Anruf.